Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Super Mario Maker 2, heute zusammen mit dem Zombay. Bewertet den Part und viel Spaß. Oh, was ist das denn? Hallo. Ich nicht mehr. Oh, da steht ja. 2 Sekunden Speedrun. Wieso 2 Sekunden, was? Nein, da stand nur eine 2 drin. Komm rein, einfach nur. Loll, guter Try. Ach so, oh Gott. Ich muss nicht hören. Spin, da stand nichts mit Spin. Da stand auch nichts. Bleib einfach nur. Ich bin zum Moment weitergekommen. Geil. Meine Mama ist stolz auf mich. Soll ich, ja. Hi. Hä, warum hast du das getan? Weil ich draufspinnen wollte. Ach so. Hier rein. Ich wollte da. Jetzt bin ich nur gestorben, weil ich da rein wollte. Als ob man in Röhren reingeht, Mann. Ja klar. Man geht einfach immer weiter, bis man beim Ziel ist. Komm hier, ich busse dich drüber. Danke. Äh, warte nochmal. Äh, danke. Tschüss. Kannst du mich rücheln? Nee. Ich kann das hier machen. Loll, da ist ein Boss. Und schüss, du Lutscher. Ich bin irgendwo in der Sub-Walk, wo Säure ist. Äh? Ich glaub, das war so intended. Ja. Das war wie ein bisschen zum Roll. Komm, ich booste dich drüber. Ach, nimm mal einen Speedrun als Super Mario. Okay, also unten durchrutschen. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich habe es wirklich begriffen. Wow. Okay. Okay. Wow. Oh, lol. Das war richtig. Ich war gerade schockiert, dass ich es richtig gemacht habe. Dann da drüber. Nein, 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 nein. Okay, alles gut. Immer noch. Alles perfekt. Die Zeit ist auch gar kein Problem. Dann hier. Ich geh jetzt ab. Ja, tschüss. Und drüber. Wow. Und da lang. Oh, nein. Ich habe einen Unfall gehabt. Ich muss es doch als Super Mario. Ist schon... Ist schon vorbei, oder? Ach, das Ziel ist es, es als Super Mario zu schaffen. Ja, ja. Nein. Ah, okay. Das war aber schon mal ein wichtiger Hinweis. Okay, jetzt kann ich es. Perfekt. Ah. Ja, wie gut war das? Nein. Schon wieder verkackt. Egal. Noch geht's. Und ich habe es verkackt. Willkommen zurück zu Luigi's Speedrun TV. Heute in der ersten Ausgabe. Heute mit unserem... In der ersten Ausgabe. Es gab vorher doch nie eine. Und es wird auch keine weitere mehr geben nach der Leistung. Wie gut war der denn? Ey, das ist doch der beste Trial. Moin, willkommen zur zweiten Runde. Hallo. Ich habe die Staffel abgesagt. Hä? Bei der Leistung will ich keine weiteren Folgen produzieren davon. Guck doch jetzt. Ich bin ein Goldesel. Da. Siehste. Ey, der Input lag, ne? Nein. Ja, ne? Der macht die Speedruns erst schwer. Oh Gott, ich will einfach nur nicht... Nein. Ui. Ja. Ui, ah. Oh, so schnell. Und jetzt... Ja. Ja, genau. Und ah. Nein, da ist es doch. Ich wusste es doch. Weil was? Was willst du? Da hat eine abgekürzt. Und dann hast du alles. Und dann geh ich hier rein. Kann ich es doch schaffen? Kann ich es? Habe ich es ja... Alter. Als ob es da noch nicht vorbei ist. Da ist es. Oh mein Gott, man muss es alles perfekt schaffen. Das ist ja der Albtraum. Okay, mach ich. Hallo, zur dritten Folge. Doch, ne Folge. Ui. Ja, du hast mich überzeugt. Geil. Und Luigi sammelt drei rote Münzen. Da, wie geht der Sprung? Nee, nee. Ich muss den Sprung schaffen. Die vierte Folge. Heute lernen wir... Wie Luigi in Speedrun macht und ob er den magischen Sprung erhüberschafft. Wie geht der? Muss ich... Ich kann auch voll unten einmal landen. Meinst du, das bringt was? Oh Mann. Du kannst ja nicht abkürzen, weil du die München brauchst. Stell dir das Beste der Welt am Ende der Strecke vor. Peach. Du bist Luigi. Ja und? Du willst dich, Peach. Ah, das ist es. Ich hab's gelöst. Das Rätsel des Jahrtausends. Oh ja, das hab ich aber auch wirklich, also... Du musst unbedingt wieder tot spielen, damit du wieder den großen Kopf hast. Wow. Weil so viel IQ passt ja gar nicht in Luigis Kopf. Das stimmt. Ich glaub, ich schaff's gerade. Du musst nur noch über das Sprungbrett springen, ne? Ja, ja, ja. Warte. Oh. Oh, tschö. Ja, und jetzt? Warum laufe ich nicht? Ja, warum guckst du nicht nur noch? Keine Ahnung, weil ich dachte, okay, war ein Sprungbrett. Jetzt kann ich ja aufhören. So, willkommen zur 36. Episode von LuigiSpeedrunTV in Kooperation mit GLP.TV. Oh, ne Kooperation? Nein, warum mach ich's? Ich hasse, ich, äh, ich hätt fast aufgehend gedrückt. Nicht springen, sondern da rein flutschen. Rutschen. Springen. Bouncen. Springen. Bouncen. Laufen. Springen. Ich hab's verstanden. Danke. Springen. Ducken. Danke. Bouncen. Ducken. Springen. Ducken. Springen. Danke. Das verwirrt mich auch gar nicht. Mann, halt die Schnauze. Ducken, springen, springen, ducken, ducken, ducken. Aber das ist langsam. Mann, Moderator, halt die Schnauze. Ducken. Besser geht er gar nicht. Ja? Wow. Alter, ist der schlecht. Äh, for what? Wow. Er ist so früh aufgestalten. Mann, sobald der Moderator mich lobt, kann ich nicht mehr. So, und dann... So, jetzt runter. Bitte, bitte, bitte. Lass mich einfach nur leben, ja? Bitte. Ducken. Ja. Sprung, sprung, laufen, ducken. Und rennen, 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 rennen. Nein! Ich... Okay, es hätt eh nicht gereicht. Ich hätt's... Hätt ich's geschafft? Aber was ist das Problem? Der Pilzschaden hat die Zeit gefressen. Äh, frisst der wirklich Zeit? Ja. Ich dachte, der hält dir Zeit an. Nicht mehr Spieler. Stimmt, macht Sinn. Und ich glaub, der Anfang war scheiße. Och. So, ich meine Sponsoren, ich verliere... Nein! Das hätt ich... Welche Sponsoren? Warne schon weg, Alter. Ja. Speedrun TV und schafft's aber nicht. Oh, Leute, wir kommen zurück zu einer weiteren Folge von Nudy Speedrun. Jetzt moderiert's jetzt an. Danke, dass du... Das sieht gut aus. Vorher hab ich keine Hoffnung mehr. Oh, das sieht echt gut aus, glaub ich. Sieben Sekunden, sechs Sekunden, fünf Sekunden. Ja, aber du hast... Hey, man hat ja auch hundert mehr Nachteile. Jetzt... Du, du steh. Okay, das war eh vorbei. Also erst... Hä? Normalerweise bleibt die Zeit stehen, wenn du durch Türen gehst. Das ist hier nicht. Was? Und zweitens bleibt die Zeit stehen, wenn du einen Pilz aufsammelst. Das ist hier auch nicht. Echt jetzt? Also das ist zwei Nachteile. Ne, stell raus hier. Schüss. Du Lutscher. Jetzt ganz schnell. Ach, da wink ich schon wieder. Ist das sexy, ihr. Have an Ice-Speed-Run. Ach, so ein Spaß. Ist das toll. Oh, guck mal. Jetzt ist er in den Easy-Modus, den Single-Player gegangen. Jetzt kann ich einfach... Jetzt gibt's gar nicht mehr diesen Anfang. Alter. Okay, da muss ich mich wirklich gewöhnen. Das ist ja so ein krasser Unterschied vom Delay. Also vom In-Input. Ja, der In-Input. Ich bin auch gerade voll verwirrt, dass der Anfangs-Delay weg ist. Willkommen zum Tone-Speeder. Nein. Wäre immer noch alles verkackt? Ja, aber ich... Also es ist wirklich einfach nur schockierend, wie viel schneller alles geht. Was für Götter sind wir, dass wir... Hallo? Dass wir... Nein, nicht kommentieren. Dass wir überhaupt die Level schaffen im Multiplayer. Hey, Leute. Willkommen zur ferten Folge der Tone-Speed-Run. Have an Ice-Day oder sowas. Have an Ice-Speed-Run. Und er rutscht da durch wie ein Weltmeister. Nicht so wie dieser Drecksack-Luigi, der sich vorhin so kacke angestellt hat. Hallo, ist mein Bruder. Ja, ist auch meiner. Nein! Kommst du gar nicht mehr auf den nicht wahrenden Input-Delay? Ja. Also im Dingens hätte das jetzt wirklich geklappt, der Sprung. Ja, ja, klar. Aber ich muss eine Verzögerung rechne. Oh. Ja, oh, wie floh. Oh, ist das geil. Ja, richtig. Geil, ne? Oh, ich sehe die Zeit nicht. Sieben wieder, sieben wieder. Ja, nice. Dann guck mal, sie bleibt einfach stehen. Ja. Immer noch sieben. Jetzt ist es auf sechs. Hä? Du hast einfach so viel mehr Zeit. Du, jetzt hattest du immer zwei. Jetzt hast du noch zwei Sekunden. Loll, was ist ja... Ey, ohne Miss, Luigi wurde einfach boykottiert. Bisschen betrogen, ja. Sogar noch eine volle Sekunde. Sag mal, Make-A-Online, dass du nicht einfach im Mehrspieler irgendwie zehn Sekunden drauf addierst oder sowas. Von einem Deutschen wieder. Okay, Kredizzle. Kredizzle, Kredizzle? Hä? Das neue Mitglied im Freedom Squad? Ja. Tritt mich rein, tritt mich. Sag mal, ist das dein Ernst? Hat er mich da gerade umgebracht? Woher soll ich wissen, was da kommt? Warte, äh, booste mich nach oben. Achso. Ah. Hä? Dann geh ich halt in die Tür, schüss. Aber was ist mit dem Leben? Hast du's gesehen? Nee, ist mir jetzt egal. Warum geht die Stage unter? Was, wie? Achso, Wasser. Ui. Dö, 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 dö. Als ob, lol. What? What Easy Mode? Ist da noch... Das Leben? Ich hab's geschafft! Hä? Lol. Pfff. Geh weg mit dein Easy Mode. Das Geräusch, ey. Nein! Lauf! Nein, du, du, du. Das war doch klar. Okay. Ja, ist das Ziel, aber ich darf nicht rein. Nein, warum ging's denn nicht? Hä, du darfst nicht rein, aber warum denn? Ja, warte, 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 warte. Achso. Aber warte, 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 warte. Hä? Achso, da ist, achso. Hey. Hahaha. Ja, hallo, gehst du? Hä? Du willst ja auf meinen Kopf. Schüss. Ja, Lutscher. Er ist so schnell. Oh mein Gott. Ich hab trotzdem die Feder. Was? Achso, stimmt. Hä? Das ist, äh, das ist meins. Nein. Hä? Was wär der von mir? Der ist ja krank. Ich hol's mir. Ich hol's mir trotzdem. Hilfe ist das. Gestört ist das. Ich will einfach nur. Ich will einfach nur. Hab's. Hab's. Nein. Du bist so dreckig. Du hast ja einen Schlüssel. Ja, ja. Ich hab gar nichts gecheckt. Nein. 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 Nein, 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 nein. Da bin ich. Hallo. Hey. Was machst du denn da? Ich weiß nicht. Ich lauf scheinbar einfach nur. Äh. Bitte kein Speedrun. Bitte kein Speedrun. Bitte ein Speedrun. Le Combat der Bowser-Chat. Oh. Ja. Heißt das, ich muss jetzt gegen Bowser kämpfen oder mit ihm chatten? Vielleicht beides. Ich denke, der braucht, muss auch einfach nur mal mit jemandem reden. Oh. Danke. Hey, warum hab ich das bekommen? Oh. Ich hab's verloren. Als ob ich einfach genau den mit dem Schlüssel erwischt hab. Ja, klar. Oder alle am Schlüssel. Nice. Was ist das für ein Level? Mann. Du bist tot. Ja. Hey. Das war so guter 2B. Achter, da ist noch einer. Schuss. Ja, durchs. Dass ich alles frei mach für dich. Kannst du mich mal... Ey, das ist doch... Ey, also jetzt reicht's. Hallo? Da ist ja eine Tür. Was macht die? Ja. Können wir durchgehen? Ja. Hab ich gesehen. Ey. Tschüss. Bruder. Tschüss. Ja. So, wir schauen. Nimm, 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 nimm. Gott, was ich für ein Günder? Oh Gott, ich hab auch Unfälle. Ich hab ganz schlimme Unfälle. Ich auch. Hab aber ne Brille. Äh, ne Brille, nimm. Alle zwei Sekunden Power. Kann doch nicht um Schwierigkeitsgrad vergleichbar sein mit dem Level. Höh. 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 Ich will einfach nur... Höh. Höh. Hey, nein, jetzt hab ich nicht. Boah, bitte nicht. Ah, danke. Hast du geschafft? Ja. Hä? Ah, das sind diese Speedpads. Wow. Alter. Uff. Wie viel Gott? Keine Ahnung. Ich will einfach nur leben. Nein, ich will da nicht rein. Ey, die haben doch was. Haben sie doch nicht. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Ja, ja, ja. Wo bin ich, wo bin ich? Ne, man hat... Oh. Ich geh da nicht lang. Ich... Geh einfach dran vorbei. Oh, ich muss ihn umbringen. Ist das dein Ernst? Haben wir die Ursache? Nein, nicht der. Komm, lass uns zusammen. Nein. Was machst du da? Er ist da drauf. Hilfe. Hier ist voll. Ich geh weg. Ich geh durch. So, jetzt müsstest du ja geschossen werden. Ja, genau. Prostin, Cut, Cut. Hat nichts gebracht. Ja doch, der hält mir ein paar aus. Ja. Ja, ja, komm, wir spawnen. Spawn, wir haben es geschafft. Wir haben gechattet. Ich bin drin. Ich stehe in der Box. Kann nicht durchgehen. Ist kaputt gemacht. Ich höre dich. Ich höre dich. Ja, ich müsste... Wo bin ich? Keine Ahnung. Müsste ich da nicht links stehen? Ja. Ich habe mich aufgelöst. Nein. So fühle ich mich immer in deiner Gegenwart. Wäre ich nicht da. Oh, das haben wir aber echt oft in letzter Zeit. Solche Remakes und Emotion-Leveln. Außer Juniors Brande-Base. Aha. Also, das sieht nicht nach einem Original-Level aus. I'm sorry. Ich hätte es gar nicht überleben können. Bruder, wo bist du hin? Ich wurde umgebracht. Ach, danke. Hier. Nimm ruhig. Gönne ich dir. Wollte ich nicht. Danke, dass du beide wegwirfst. Er war von dir angepasst. So, das verstehe ich. Was machst du? Bist schon im Ziel? Nö, ich gehe gerade. Oh, Lomas. Eigentlich relativ gemütlich durchs Level, würde ich sagen. Okay. Ganz gemütlich. Warum panikierst du? Nicht diese heiße Situation an. Danke. Bitte schön, gehen Sie bitte weiter. Ja, mache ich. Gehen Sie bitte das Level zu Ende. Mache ich? Oh, nee. Ich habe keine Lust mehr. Nein, warum mache ich das? Oh Gott. Komm her. Komm doch her. Wie lange braucht der? Ich habe einen Pilz geholt. Ah, danke. Lol. Er lacht erst dreckig. Hä? Geh doch, du Dicker. Nein. Leb, 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 leb. Du schaffst es. Du bist im Ziel, oder? Nee, du bist im Checkpoint. Ja, danke. Oh, habe es auch geschafft. Bist du da? Oh, hier nimm. Gönne ich dir. Oh, das ist ja Pum. Ey, na? Oh, oh Gott. Oh, Bruder. Ja, du ist alles super. Ja, ja, Lutscher. Lutsch, hier, Lutsch, Lutsch. Ich, ich, ich schaff's. Nein, ich bin tot. Ihr kommt doch eh noch in Pause, Junior. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Da kommt keiner. Du schaffst das jetzt. Komm, renn. Renn, habe ich gesagt. Oh, da ist da eine. Oh, oh, oh. Hi, hi, hi. Hi. Ja, das wollte ich sagen. Lebst du? Oh, du lebst. Hey, das ist ein Checkpoint. Den hole ich mir nicht. Du bist mein Checkpoint. Okay. Bist du im Ziel? Was ist der, Junior? Nee. Komm mal, feine, feine ist noch. Hä, hä, hä. Boah, Alter, was mache ich hier? Meiner. Huh. Ist er tot? Ist er jetzt? Lol. Was zur Hölle? Nein. Nein, 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 nein. Warte, warte noch, warte noch. Bitte, Luigi. Du Ekliger. Nein. Aber ich lebe, ich darf leben. Oh, willkommen in meiner Coinbase. Nein, geht doch nicht. Tschüss. Och, Mann. Jetzt, wo du hier bist, will ich nicht mehr sein.